Puss! Mit diesem Puss, Alter. Komm's, Pfiffi, Pfiffi, komm! Such, such, such! Aha, braves Hündchen, braves Hündchen. Dasselbe Kerl auf derselben scheiß Brücke. Rennt gleich wieder durch denselben scheiß Bus. Wird der Arsch sogar! Junge, das ist Tarkov! Jo, moin moin und herzlich willkommen, Freunde. Euer Senseless Survivor hier mit dem ersten Rand des Tarkes in Escape from Tarkov. Und es geht los auf Customs. Kurz gucken, wo ich bin. Ach so, ja. Okay, ich weiß es, ich weiß es. Ich gehe aber lieber über die Brücke hier oben. Mal dahinter in den... Alter, beruhig dich. Wir haben doch gerade erst angefangen. Mal dahinter in diesen Kack-Puss gucken. Puss! In diesem Puss, Alter. Da soll ja angeblich auch immer Loots spawnen. Ich habe da bis jetzt noch nichts gefunden. Aber Onkel Pascal hat gesagt, ja, es kann sein, dass hier auf diesem Scheiß sitzen, was liegen kann. Aber bis jetzt habe ich da noch nichts gesehen. Außer Luft, junge Luft. So, auf zu meinem Loch. Da läuft doch einer. Schießt er auf den? Ne, das war zu weit weg. Das war woanders. Da ist er. Ein Skate-Arger. Oh, er hat sich bloß hingelegt. Clever! Cleverer Porsche, aber jetzt liegt er für immer. Angst! Ins Gebüsch! In meinen Angst-Busch. Wo ist denn der Schrei-Hals? Sein kleiner Kumpel da hinten. Ey, Alter! Fall um! Fall um! Fall um! Jetzt... Was hat denn der geschluckt, Alter? Sag mal. Los, mein Angst-Busch. So, jetzt wollen wir mal sehen, was die kleinen Sportsfreundinnen dabei hatten. Macht mich rich, Junge. Rich! Komm, Junge. Bester Loot ever. Du bist ein Goldesel. Nein, du bist ein Arschloch. Vielleicht ist dein Kumpel besser gewesen und hat schöneren fetten Loot dabei. Aber was will man verlangen, sind Skeps alle. Obwohl... Hier kann man sich immer drehen wie ein Brummkreisel. Alle Seiten ab aimen und dann kriegt man doch gerade da den Shot von der Seite, auf die man gerade nicht guckt. Eigentlich... Ja, liefere doch. Wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche? Such, Fifi. Fifi, wo ist die Leiche? Such, such. Komm, Fifi. Fifi, komm. Such, such, such. Ah, braves Hündchen. Braves Hündchen. Da steht er wieder. Da stand er wieder. Ich bin glaube noch viel zu ängstlich. Wieder mein Angstbusch. Naja, es kann ja sein, dass irgendwer in der Nähe ist, den Schuss gehört hat, um die Ecke gerammelt, kommt, mich abknallt und ich die ganze Scheiße auf den Korn. Okay. Kein Skeff hier gelandet heute. Wobei alle schon immer den Haufen geschossen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Man munkelt. Sonst treibt sich doch immer ja allerlei Gesocks herum. Heute nicht. Keiner zu Hause hier. Vielleicht hier um die Ecke? Oh. Da hat sich einer und zu Wort gemeldet. Hier draußen war das, glaube ich. Aber wo, aber wo? Also ich sehe nichts. Heute habe ich irgendwie Schiss. Wahrscheinlich, weil es der erste Rand des Darks ist. bin ich immer noch ein bisschen ängstlich. Guckt der Bolzen. Zehn Zentimeter schon. So, jetzt. Mann! Ganze Zeit. Zu langsam. Aber vielleicht, ich habe ja vorne schon auf den... Alter, wo steckt der? Opa! Ah! Aha! Komm, holt... Gebaschke, Junge! Hier, Gebaschke! Alter, frisst das! So! Angst! Rein in mein Gebüsch! Hat auf mich geschossen. Da läuft doch einer. Da läuft doch einer. Da schreit doch einer. Es raschelt. Alter! Ich sehe ihn nicht. Sind das zwei? Sind das zwei? Mensch, halt die Fresse da hinten! Ich höre nichts. Ich hau ab! Mann! Nein! Lauf! Lauf! Rennst du vor Panik in den Tod? Aber... Da ist auch gerannt. Ich glaube, das ist in Richtung Durms gerannt. Alter! Hat er das Tausender-Magazin eingepackt, oder was? Tausend Schuss in seiner Drecksknarre. So, kommt wieder mein Büsch hier. Gucken wir uns das mal an. Ja, da hinten Durms. Ja, da noch einer rumgeplägt. Rumgeschrien, wie am Spieß. Rumgeplärt. Rumgeplägt kennt ihr ja gar nicht. Das ist Ostdeutsch. Wir rumschreien. Da oben ist er. Hallo Welt! Sag Hallo Welt! So, den Loot einfahren endlich. Wohl verdient. Da hat ja schon wieder einer gequatscht. Ich hänge fest! Oh ja. Ist noch voll. Er hat ja auch nicht geschossen. Der Blindfisch hat ja nicht geschossen. Er kam nicht dazu. Ich habe ihn ja gleich ausgeknipst. So nach vier, fünf Schüssen. Ja, dann wollen wir mal weiter hier. Mal Richtung Ausgang langsam, oder? Das ist ja noch ein kleines Stückchen Weg zu laufen. Oh, da hinten ist einer. Oh, da hinten ist einer. Scheiße. Er hat mich gesehen. Oh, ich war zu langsam. Das selbe Kerl auf derselben Scheißbrücke. Rennt gleich wieder durch den selben Scheißbus. und findet und findet denselben Scheiß nicht vorhandenen Loot. Ich will erstmal den Arsch einsalben. Da erschreit einer und kriegt schon seine Quittung. Los, auf zum Fenster. Da gucken wir mal durch hier. Hoch, hoch. Mache Auge, Alter. Mach Auge. Guck, guck. Nichts gesehen. Kaum ist man weg, Alter. Dann kaum ist man weg. Feuern die hier aus allen Rohren. Der hat bestimmt von... War das von Richtung Brücke geschossen? Ach so. In die Richtung jedenfalls. Jetzt ist wieder Ruhe. Sende-Bowser. Kaum habe ich meinen fetten Arsch hier durchs Gebüsch geschoben. Jetzt schießt das in eine andere Richtung. Ah. Oh. Junge, das ist Tarkov. Ihr wird nicht rumgeschrien. Das kann ein Ende sein. Da hinten schreit der Nächste. Ja, Junge. Das war dein Ende. Weil du rumgeschrien hast. So. Da läuft einer. Ja, sag ich doch. Von der Brücke. Von der Brücke hat er geschossen. Hat bestimmt gewartet, bis er mich sieht. Scheiße. 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 Da habe ich mir heute mal eine Müllermilch gegönnt. Diese Scheiße mit der... Was steht da drauf? Muuuuh. Oh. Da läuft doch einer. Habe ich doch richtig gehört. Irgendwo rechts von mir. Glaub ich. Ich weiß bloß nicht, ob es hinten am Zaun... Ne, jetzt ist er... Jetzt ist er draußen. Da stopft er dahin. Und ein Spieler-Scaf. Da war ein Spieler-Scaf. Das brauche ich nicht. Den Bart nehme ich mit. Den Rucksack. Dann mal wieder zur Leiche. Dann mal wieder zur Leiche. Auf dem Dach ist keiner. Oh, der arme Scaf hier, der hat auch echt die Arschkarte. Jeder Scaf darf rumlaufen und schießen und er liegt hier tot. Das ist sein Job. Einfach hier tot im Gebüsch zu liegen. Ganz jeden ran. Jeden ran. Oh. Scheiße. Umgenietet. Oh. Ein armer Level-2-Spieler. Ich meine, ich bin jetzt mit dem Level auch nicht so Duck King. Komm, die Mosin muss mit. Die Mosin muss mit. Komm. Mann, Mann. Kann auch nichts machen. So, jetzt. Knarre weg. Knarre her. Sehr schön. Ey. So, wenigstens den nochmal looten, damit er nicht ganz umsonst hier in seinem Spiel liegt. Das arme Schwein, den scheiß Schlüssel brauche ich nicht. Sein einziger Zweck ist, Lootklumpen zu sein. Dann geht's mal weiter. Scheiße. Oh, hinter mir. Nein. Oh. Er war scheiße. Oh, ich dachte noch. Habe ich vielleicht Schritte gehört? Aber dann habe ich... Nee. Ein Music. Da habe ich gedacht. Ach nee. Ist nicht verhört wahrscheinlich. Und dann nein. Hätte ich bloß mal geguckt. Hätte ich bloß nochmal in diese scheiß Ecke geguckt. Hätte ich yo. Nach dieser Кто ist, Dante. Ich hatte die Last riot, Leave losameriktorUM. Dann hat man also auf die tras Bali. Und dann habe ich mich das gefallen. Dann haben wir dort verdimiento. Mönch.